Hey Leute, jetzt dauert es nicht mehr lange und das iPhone 15 Pro ist das alte iPhone und das iPhone 16 und 16 Pro erscheinen. Und eigentlich wissen wir jetzt schon absolut alles, was es zu wissen gibt. Also hier erfahrt ihr es von mir. Das iPhone 16, also das normale, das günstige iPhone, bekommt ein kleines Redesign. Im Großen und Ganzen ist es aber dieselbe Form. Der matte Aluminiumrahmen mit den abgerundeteren Kanten, die matte Glasrückseite. Wahrscheinlich bleiben sogar die Farben ähnlich unauffällig. Und nur die Kamera ist jetzt nicht mehr diagonal, sondern wieder im Hochformat. Der Grund dafür ist, dass dadurch mehr Platz zwischen den Kameras ist und sie dadurch besser 3D-Videos aufnehmen können für die Apple Vision Pro. Aktuell kann nämlich nur das Pro-iPhone 3D-Videos für die Vision Pro aufnehmen, aber jetzt soll auch das normale iPhone das können. Und dafür soll auch ein extra Knopf im iPhone sein, mit dem man Spatial-Videos aufnehmen kann. Das halte ich persönlich noch für unwahrscheinlich, ehrlich gesagt. Also noch einen Knopf im iPhone fände ich jetzt dann doch ein Knopf zu viel. Besonders, weil er an einer Stelle sein soll, wo ich mir vorstelle, dass man den auch ab und zu unabsichtlich drückt. Zum Beispiel, wenn man den in eine Smartphone-Halterung macht, im Roller, Fahrrad oder Auto. Aber ein weiterer Knopf, der kommt ganz bestimmt und das ist der Action-Button, den wir ja auch schon vom iPhone 15 Pro kennen. Der ersetzt den Mute-Switch an der Seite und man kann den frei belegen. Finde ich eine super Sache. Das iPhone 16 gibt es in zwei Größen, in 6,1 und in 6,7 Zoll. Das heißt, auch dieses Jahr kommt leider das iPhone Mini nicht zurück. Das Display soll unverändert sein, was die Auflösung, die Helligkeit, die Farben und alles andere angeht. Das heißt, es gibt auch keine 120 Hertz. Ja richtig, Apple wird es ein weiteres Jahr versuchen, mit einem 60 Hertz Display durchzukommen. Ich sage da jetzt einfach gar nichts mehr zu. Beim Prozessor gibt es drei Möglichkeiten. Entweder das iPhone 16 bekommt einfach den Prozessor vom iPhone 15 Pro, also den A17 Pro. Weil der aber Pro im Namen hat, ist das ein bisschen verwirrend. Deswegen könnte der auch einfach nur A17 heißen oder Apple nennt ihn A18. Was genau der dann für Funktionen hat, ist unklar. Wahrscheinlich wird es einfach der A17 Pro sein. Mit dem zusammen kommen dann auch 8 GB Arbeitsspeicher und die sind dringend notwendig, denn dadurch wird Apple Intelligence unterstützt. Aber darüber rede ich gleich noch mehr, denn jetzt will ich über das iPhone 16 Pro reden. Und wenn ihr das Review zum iPhone 16 und 16 Pro nicht verpassen wollt, dann abonniert unbedingt meinen Kanal, denn das wird es hier selbstverständlich geben. Das Design des iPhone 16 Pro soll praktisch unverändert sein. Das heißt, wieder genau diese Formen, wieder diese drei großen Punkte auf der Rückseite für die Kamera, wie wir es jetzt die letzten fünf Jahre oder so hatten. Ich glaube, ich finde das langweilig, ihr findet das langweilig und wahrscheinlich finden es sogar die Apple Designer selbst langweilig. Der Rahmen wird wieder aus Titan sein, die Rückseite wieder aus mattem Glas und es wird wahrscheinlich eine neue Farbe dazukommen. Was aber neu ist, sind die Knöpfe. Denn das sind jetzt keine Knöpfe mehr. Die fühlen sich zwar so an, als würde man sie klicken, aber man drückt sie nicht mehr wirklich rein. Das haben wir ja schon bei den Trackpads von den MacBooks gesehen und auch beim Homebutton vom iPhone 7 damals. Der war ja irgendwann auch kein Knopf mehr, sondern ein fester Knopf, aber es hat sich trotzdem so angefühlt, als könnte man ihn klicken. Warum macht Apple das? Ganz einfach, weil es weniger kaputt gehen kann. Das heißt, das Ganze wird robuster, man kann es besser wasserfest machen. Und es gibt dafür auch schon ein richtig auffälliges Indiz, dass das definitiv kommen wird. Wenn man nämlich die Knöpfe drückt in iOS 18 in der Beta, dann kommt hier so eine kleine Animation rein, dass man die Knöpfe gedrückt hat. Und in meinen Augen ist das die offizielle Bestätigung, dass Apple hier ein haptisches und ein optisches Feedback für die Knöpfe einbauen möchte. Das iPhone 16 Pro wird größere Displays bekommen. Das kleine Modell wächst von 6,1 Zoll auf 6,3 Zoll. Das große Modell von 6,7 Zoll auf 6,9 Zoll. Die Geräte sollen aber nur kaum merklich größer werden, weil die Displayränder nochmal dünner sein sollen. Und ich finde, die sind jetzt schon wirklich krass dünn und die sollen nochmal ein ganzes Stück dünner werden. Und damit werden es dann auch die dünnsten auf dem Markt. Und das begrüße ich immer. Also das sieht natürlich mega geil aus. Ansonsten aber ist das Display unverändert. Also die Helligkeit, die Displaywiederholrate, Schärfe, Auflösung, alles das soll beim Alten bleiben. Beim Prozessor erwarten wir natürlich den Apple A18 Pro. Der wird wieder in 3 Nanometer gefertigt sein. Und weil das jetzt ein neuer, modernerer Fertigungsprozess ist, wird er vor allem effizienter sein. Das heißt, besser mit dem Akku klarkommen. Das heißt, mehr Akkulaufzeit. Die Geschwindigkeitsvorteile belaufen sich bei so 10 bis 15 Prozent. Also nichts Krasses. Apple soll dieses Jahr vor allem bei der künstlichen Intelligenz drauflegen. Die soll ein ganzes Stück stärker werden. Also die NPU im Prozessor. Eigentlich ist die jetzt schon ziemlich krass, aber die soll jetzt so viel stärker werden, dass die auch so richtige Computerprozessor überbieten kann. Und deswegen erwarten wir auch, dass es einige Funktionen von Apple Intelligence geben wird, die nur auf dem iPhone 16 Pro funktionieren werden. Beziehungsweise dort vielleicht nur offline funktionieren werden. Das sind dann vielleicht Funktionen wie das Bilder-Cleanup. Da wird beim iPhone 15 Pro eine Internetverbindung für benötigt, damit es auf den Apple-Servern verarbeitet werden kann. Aber beim iPhone 16 Pro ist das dann vielleicht komplett offline möglich. Außerdem bedeutet Apple Intelligence natürlich das neue, intelligentere Siri, die, wenn sie keine Antwort mehr weiß, direkt an ChatGPT weiterleitet. Siri kann dann über mehrere Apps hinweg Aufgaben für euch erledigen oder Antworten suchen. Man wird, wie gerade erwähnt, Dinge aus Bildern herausradieren können. Oder man wird Emojis und Bilder generieren können. Die Mails und Nachrichten werden jetzt direkt logisch für euch sortiert und es wird möglich sein, zum Beispiel Mails direkt anders zu formatieren, damit die freundlicher oder professioneller klingen. Das alles und noch vieles mehr wird aber erst mal nur auf Englisch unterstützt. Das heißt, vielleicht erst mal gar nicht nach Deutschland kommen. Ich erwarte persönlich, dass das auf dem iPhone 16 Pro von Anfang an existieren wird und dann etwas später auf das 15 Pro und auf die M-Prozessoren kommt. Aber was genau da passiert, wissen wir nicht. Jetzt gerade gibt es sogar einen Streit zwischen der EU und Apple. Es ist die Frage, ob Apple Intelligence überhaupt nach Europa kommt, wenn es so weitergeht. Ich bin mir aber sicher, dass bis September, da, wenn die iPhones dann erscheinen, das Ganze dann gelöst ist. So oder so ist es aber nicht ausgeschlossen, dass das iPhone 16 Pro die künstliche Intelligenz am besten beherrschen wird und dass Apple das auch am aggressivsten bewerben wird bei diesem Gerät. Dabei werden wir bei den Kameras auch noch ganz nette Veränderungen sehen. Die Hauptkamera wird dieselbe sein, mit 48 Megapixel. Allerdings soll das Objektiv jetzt eine neue Beschichtung haben und deswegen keine oder kaum noch Reflexion. Eine Quelle spricht auch davon, dass der Kamerasensor etwas größer werden könnte. Ich würde mir aber eher wünschen, dass die Naheinstellgrenze endlich mal besser wird. Die ist beim iPhone ja echt lächerlich lang. Ich kenne kein Smartphone, bei dem die so schlecht ist. Der Ultraweitwinkel soll jetzt einen 48 Megapixel-Sensor bekommen. Heißt, löst viermal so scharf auf. Und das finde ich richtig gut, denn Apple springt sehr viel in diesen Ultraweitwinkel-Sensor. Und manchmal, finde ich, sieht man, dass der qualitativ einfach nicht auf dem Niveau der Hauptkamera ist. Und dass sich die Lücke da jetzt schließt, ist eine sehr gute Nachricht. Und die Fünffach-Telekamera, die wir aus dem iPhone 15 Pro Max kennen, die kommt jetzt auch ins normale iPhone 16 Pro, also nicht nur das größere Max-Modell. Beide sollen diese Fünffach-Telekamera haben. Allerdings könnte es sein, dass das 16 Pro Max einen 48 Megapixel-Sensor hat und dann da auch einen zweifachen Crop unterstützt. Also Apple könnte es dann als 10-fach Zoom vermarkten. Ob das so passiert, wissen wir aber nicht. Wäre schon eher unwahrscheinlich. Alle Akkus sollen ein bisschen größer werden, nur der vom iPhone 16 Plus nicht. Der wird 9% kleiner. Warum? Keine Ahnung. Bei den Preisen erwarte ich dieses Jahr keine unangenehme Überraschung. Ganz im Gegenteil. Ich erwarte, dass, weil das iPhone 16 und 16 Plus ja sehr kleine Upgrades sind, dass da der Preis vielleicht sogar fällt. Das haben wir jetzt ja gerade eben erst beim iPad Air gesehen. Wäre auch in meinen Augen absolut angemessen, denn sie haben eben immer noch 60 Hertz. Und es kann einfach nicht sein, dass sie sie dann für 950 bzw. 1100 Euro verkaufen. Also ich hoffe, dass das ein bisschen günstiger wird. Und die Pro-Modelle können meinetwegen die Preise gerne halten. Allerdings fände ich es schon schön, wenn auch das normale 16 Pro jetzt 256 GB als Standardspeicher bekommt. Insgesamt fühlen sich die iPhones also eher nach einem S-Upgrade an dieses Jahr. Wir haben kleinere Veränderungen wie die festen Knöpfe, natürlich Apple Intelligence, was alle Geräte unterstützen und leicht verbesserte Kameras. Und natürlich die stärkeren Prozessoren. Ich erwarte, dass die Akkulaufzeit ein Stück besser wird. Aber ihr solltet jetzt keine riesige Revolution erwarten. Aber wer weiß, Apple hat uns die letzten Jahre immer ein bisschen an der Nase herumgeführt. Immer am Ende doch noch überraschen können. Also es bleibt spannend. Abonniert diesen Kanal, um alles nicht zu verpassen. Und macht's gut bis zum nächsten Mal. Ciao.